Ja, ihr Lieben da draussen, ihr Interessierten, Forschergeistern, wo auch immer ihr gerade seid, gerade hatte ich ein wirklich schönes, intensives, spannendes Gespräch mit Roswitha, genau zu dem Thema, was dich vermutlich interessiert, nämlich wie kannst du dich transformieren, um danach die Welt zu transformieren. Wie kommst du wieder in deine Einheit und Integrität und wie verhilfst du anderen, dir in dem nachzufolgen. Wenn du nicht verpassen willst, dann melde dich an zu diesem Kongress, ich kann es dir wärmstens empfehlen. Es gibt selten so gute Gespräche, die mich während dem Reden schon selbst begeistern. Also, bis gleich auf der anderen Seite. Ich freue mich auf dich.